So, ihr Lieben, heute sprechen wir über Cha-Cha-Cha und Cha-Cha-Cha ist eine super schnelle Tanz. Das heißt, der Körper muss angeschaltet und bereit sein, Cha-Cha zu tanzen. Cha-Cha-Cha, Schatz, das ist dein Tanz. Oh, yes. Es geht um Hüftbewegung, schnell gestreckte Beine, schöne Fußarbeit. Und zugleich müssen die ganzen Endpunkte und die Bilder, das muss alles deutlich und lesbar sein. Ich sage, das muss wie so ein schöner, lesbarer Satz sein. Das heißt, Schwerpunkt nach oben, Gewicht ein bisschen vorne, dass man seine Muskulatur spürt. Und dann natürlich brauchen wir Hüft-Action. Frichtigkeit, es ist Flirt zwischen Mann und Frau. Man soll schon den Flirt sehen zwischen den beiden Tanzpartnern. Oh, und das ist sehr wichtig, wie auch in Kuba, diese Kokette, diese Flirt. Es muss die Hüfte angemacht werden und einfach Spaß haben. Ungeschwert, muss man richtig den Rhythmus fühlen. Cha-Cha-Cha-Cha, Schatz, Rhythmisch, Coquette und Flirty. Und es ist schnell. Bauchnabel rein, Körper strecken, Gewicht nach vorne und dann Aktion. Ey, 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 cha-cha-cha, ah, ah, cha-cha-cha. Ja, 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 ja.